herzlich willkommen liebe zuschauer zu einem neuen kleinen großen projekt und zwar age of empires 2 hd edition und ich bin nicht alleine ich habe mir den bram geschnackt hallo bram ja und was soll man da groß zu sagen ist natürlich ein klassiker von 1999 ja und also von 99 14 jahre alt die scheiße und deswegen könnt ihr euch ja deswegen sage ich das auch schon mal vorab ja alle diejenigen ja die können sich jetzt ja schon mal die kommentare verkneifen wegen wafel die scheiß grafik hallo ist die hd edition also vergesst bitte nicht das spiel ist fast 14 jahre alt teilweise älter als manche von euch zuschauern und deswegen einfach das hat ein kultstatus das spiel ja gibt es momentan oder seit dem neunten april gibt es das exklusiv sogar im steam store für ich glaube 17 oder 19 euro ich weiß nicht gab es erstmal 17 99 ja ich weiß jetzt nicht wie lange der 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 special preis jetzt noch hält aber ja und da haben wir gedacht schlagen wir mal krass 97 kam das spiel sogar raus 97 weil ich habe ich habe bei wikipedia nachgeguckt da steht age of empires 2 age of the kings für 19 also das erste oder nicht weil hier direkt im hauptmenü steht drin das copyright von 1997 bis 2013 gemacht ja auf jeden fall kultspiel ja also muss ganz ehrlich sagen von der mucke her und so richtig geiles spiel und ja wir spielen gegeneinander one versus one davon wird sie jetzt jedes wochenende freitags und sonntags jeweils eine folge geben erste folge ist aus meiner bock haben ja genau so lange über bock haben wir machen da jetzt knicks irgendwie fest weil ist ein altes spiel kann natürlich sein dass wir irgendwann sagen wo er kein bock mehr aber wir machen das natürlich so einmal aus meiner sicht einmal aus brams sicht damit ein bisschen abwechslung reinkommt und natürlich ja wir denken uns mal gibt ja auch ein karten editor vielleicht kommen wir uns auch eigene karten bauen vielleicht ergibt sich ja sogar eine möglichkeit dass ihr zuschauer uns eine karte bauen könnt auf der wir dann zocken man weiß es nicht müssen wir uns mal rein wir können wir uns auch am facebook stecken ja oder genau sowas zum beispiel ja wie machen wir das denn jetzt müssen wir auf mehr spieler gehen weil ich es gibt hier schnell spiel lobby browser sie um ein neues spiel einzuleiten das klingt doch schon mal nicht schlecht sich mal einleiten alles klar gucken ob du mir schon joinen kannst wenn natürlich ziemlich fett wenn man wenn das jetzt über steam funktionieren würde das moment spiel teilnehmen steht bei mir gerade boah bram guck dir das an in zeiten von steam funktioniert das reibungslos übrigens muss man dazu sagen ich habe das natürlich auch schon gesehen dieses die dieses spiel wird vom steam wie heißt dieses ding noch mal wo die eigenen leute da wo die ganzen wo die community für das spiel so mods erstellen kann steam workshop oder so ne ja genau genau das spiel wird vom steam workshop unterstützt ja also ich habe schon mal reingeguckt gibt natürlich andere karten schon andere skins und so eine scheiße texturen pakete also bin mal gespannt was da in zukunft noch kommt und ob da was kommt ich kann mich daran erinnern dass es mal den delorean gab für das spiel ach was ja okay da hat sich jemand richtig viel mühe gemacht da kannst du dann wirklich wenn du benutzt das kannst du quasi am anfang des spiels also zurückspringen ok was spielen wir denn ich wir könnten königsmord spielen ein ihr könig muss als letzter überleben wenn er stirbt spielen sie nicht mehr mit weil ich würde sagen können das ist so habe ich früher jedenfalls immer gespielt auch rein mir egal machen weil dann bist der stelle du darfst aussuchen ok ja aber dann zieht sich das auch nicht so ewig gut haben wahrscheinlich an küste ach ja und ich glaube sogar guck mal eben was für eine kultur du wählen kannst du hast jetzt hier ich glaube so ziemlich alle erweiterungspakete bei also hier die maya und toy 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 ich weiß leider nicht ich weiß leider nicht mehr weil ich früher immer gespielt habe also ich kann es mir nur noch denken aber also ich glaube ich werde die die guten alten briten nehmen die langen bogen schützen ja ich glaube schon bin mir jetzt aber nicht sicher doch ich meine schon ich glaube ich bin die türken dann würde ich sagen spielen wir mal eine mittlere map damit wir uns nicht direkt auf die fresse geben können also mit ein bisschen ruhe reinbringen erstmal rohstoffe sehr leicht was haben wir denn überhaupt auch schwierigkeit sehr leicht hallo mich verarschen nachher gibt es ja sowieso nicht computer computer lassen wir raus so rohstoff standard ja würde ich auch lassen bevölkerung 75 machen wir bevölkerung damit wollen wir uns richtig auf die fresse gehen machen wir 500 maximum ja sicher also ich bin ich bin auch dafür dass man halt kein maximum hat wir geben uns auf die fresse also ich habe im steam workshop habe ich gesehen weil 500 ist hier bei dem spiel maximum also es kann auch auf 1000 angehoben werden durch so gut schwierigkeiten normal karten an sich normal startzeit alter standard sieg standard gut ja perfekt dann würde ich sagen haben wir alles ich bin bereit kann ich noch meine farbe aussuchen haben wir orange dabei aber geil gut dann haben wir blau und orange ich bin jedenfalls bereit ja ich habe schon auf beide geklickt ja perfekt dann müssen wir starten aber das spiel würde ich sagen jetzt geht los jünger jetzt geht los jetzt geht auf die fresse hier ich meine habe ich jetzt die vorzeit durch das erste spiel hast weiter aufnimmst das stimmt so also ne gute alte age of empires grafik falls es bei euch ruckelt das liegt nicht am pc oder an den frame einbrüchen sondern das ist einfach so gewesen weil hier geht man pro tic ja hier ist nicht so wie bei starcraft so richtig smooth sondern das war einfach so früher das war echt einfach so da muss man sich einfach auch wenn es ein bisschen augenkrebs ist da muss man vereinbaren weißt du mal weißt du mal dich schon wieder sehe brand ich sehe dann kommen das gleich da nicht gleich wieder 50 schafe in meiner base steht was das stimmt gar nicht warum soll ich so was machen ja echt mal so schicken wir ihn erstmal zu erkunden hier ist mein könig liebe zuschauer auf den muss ich jetzt aufpassen weil du bist mein könig bin ich tot also ab in die burg damit normalerweise hat man auch gar keine burg mit einer speer da ist mein könig so jetzt hat sich meinen man in die burg ein naja stimmt klar jetzt hat sich mein headzeit natürlich zwischen euch gemeldet damit müsste jetzt klapp mal klarkommen das spinnt in letzter zeit ein bisschen ok das war das war es mit meinem speer was ist denn mit der speer passiert der ist gerade an der burg zerschält an meiner burg? lol da ist er ja tatsächlich scheiße da habe ich völlig drauf geachtet scheiße wo ist denn mein speer hallo komm reite mal dahin geiler speer ey so erstmal nahrung sammeln ist klar stimmt hier gab es auch noch leute die glocken ja sicher damit gehen die alle in die in das ding zurück ne hier dorfbewohner brechen die arbeit ab ja scheiß drauf die werden alle verheizt im notfall so und übrigens eure kommentare ich muss das immer vorweg nehmen ich muss den haters immer ihre kommentare vorweg nehmen kommentare wie du spielst ja voll leben ja die zerschellen bei mir wie einer brandung ja ich bin absoluter noob in dem spiel und wir machen das nur zum spaß haben also wir machen hier keine pro gamer kiste das ist natürlich der mega pro wäre erstmal die schafe durch die gegend schicken also ganz ehrlich ich hab das spiele als das damals rauskam wie alt war ich da 99 war ich zehn jahre also ich hab's glaube ich mit zwölf damals gezockt also ich hab's echt bis bis zur vergasung kann man jetzt einfach mal das dann was denn ja dann typisch da mein typ ist da ja der guckt mal ein bisschen hier ne wie es bei dir so guck mal hier also jetzt greife ich dir erstmal einen scheiß dorfbewohner an also der hat ja nicht mal einen dorfbewohner platt gemacht er kann ja gar so brauchen mehr dorfbewohner haben wir dann genug nahrung haben wir ja komm dann gibt wir mal dorfbewohner hier mach mal hier und 2 auch 3 holz wird gesammelt nahrung wird gesammelt meinem könig geht jetzt soweit gut er wählt sich in der burg einen von der palme lässt sich von einem von einem von unserem hofnachen bespaßen oral weil mein könig ist homo genauso wie dann bilder okay der übergang da will auch richtig krass homo jetzt weiß ich zwar nicht warum sich man jetzt ständig diskonnect aber ich hoffe mal so kommen hier gold sammeln ja weil denn es so weiß ja ich liebe es gold zusammen ja ich bin auch schon dabei ich habe schon vier jetzt fünf leute ja man kann übrigens in dem spiel auch nicht ran und raus suchen also das gibt nicht leute ich vergesse nicht wie gesagt das spiel ist 14 jahre alt aber es ist trotzdem geil alter wie viele wie viele männekes schon hier rum rumschwirren das ist geil die ganzen weiber nahrungsamt wobei eigentlich die männer ja jäger und sammler sind also wir wollen ja mal nicht unfair werden ja gerade wir nicht so wie holz habe ich denn scheiße ging das denn noch mal hier muss ich das gedrückt hat naja so mehr holz sammeln leute ich brauche mehr dorfbewohner hier bam 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 mehr dorfbewohner nicht aus mit nahrung das holz ob ich den nahrung das nahrung das nahrung ja gibt sogar schon skins im stein workshop für die ganz alten symbole irgendwie jetzt überdeckt die fraps zahl leider meine meine holzvorräte daher kann ich das nicht ganz sehen aber es ist auch nicht so richtig jetzt ja shit happens so steht hier irgendjemand was soll das ja nicht rumstehen hier ja go go gadget was go go gadget schickst du mir schon die ersten mongos auf den hals oder was sagst du du hast dich auch verdient wie ich hab was verdient am arsch hab ich doch verdient ja am arsch hast du halt auch verdient ach guck mal wie ich die karte schon gescoutet habe er legt mir die eier die ganz alten geräusche wenn ich so einen erschaffe das ist echt geil das ist ja voll scheiße da steht mir nix zu tun hat wenn ich nicht in ordnung was ist das denn da das ist ein adler nicht genug holz mama was du hast nicht genug holz bei mir sind die richtig der beim holzfarben aber ich bin doch schon im zweiten zeit alter was verarsch mich nicht wirklich nicht hallo als ich dich verarschen würde brauche ich denn dafür zwei gebäude der dunklen zeit habe ich doch ach ich brauche 500 nahrung habe ich jetzt nicht ganz ok man ja du gehst jetzt hier schon mal direkt jagen so jetzt aber jetzt bin ich im nächsten zeit alter ja du siehst du fängt das schon hier an zu faken ey ach gott hier mein gott da kann man immer noch keine militärheiten bauen doch da jetzt scheiße ich hab schon wieder kein holz ey ohne spaß ich bin so ein holzlappen gerade boah guck mal jetzt sind sie alle mit mit äh scheiße ich glaube ich muss eine mühle bauen ich muss eine mühle bauen so erstmal hier so ihr kommt jetzt mal her ausbauen 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 was können wir hier ausbauen ne zu nein wie viel holz brauche ich 75 mehr holz ihr lappen ach Leute habe ich keinen schaffer nicht verloren was habe ich denn so viel holz aber ich habe kaum zu fressen das gibt es doch gar nicht ich habe 600 gold ey lol wieso kann ich in den palisaden weil kein kein tor reinbauen willst du mich verarschen oder musste man das per bauen machen jay weiß ich nicht mehr äh da okay das ist strange das wie kann ich denn was abreißen bei 75 boah alter 75 nabem ist aber grad richtig krass viel okay ich baue mich jetzt hier gerade zu ich habe keinen plan wie ich in dieses ding hier ein tor reinbaue nicht dass ich mich gleich zu baue hunter hunter tschau ja und wir können doch mal schnell ein paar häuser bauen jay boah ich bin grad ein bisschen überfordert hier würde ich sagen feld was hat denn hier feld neu einsehen ja mach ich doch kostet mich 60 holz jay boah jetzt kannst du sofort deine burg sehen okay jetzt hast du wieder ein schaf mehr jay ach Was machen die denn mit den scheiß Schafen? Töten die das? Ne, die schicken dann einfach nur die Gegend... Ne, jetzt töten sie es. Hammerfett, ey. Er ist mit dem Schafen auf die Fresse gebt. Ja, aber ich verstehe nicht, warum mir meine Mühle hier gerade abgeht. Ich klicke hier auf Feld neu einsetzen oder passiert nichts. Klicken sie hier, um ein Feld in die Produktionsschleife zu stellen, damit es sich nach dem Verfall von selbst erneuert. Ja, toll. Habe ich nicht genug Platz oder was? Okay, vielleicht war ich ein bisschen noobie-noobie. Noch mehr Holz. Du hast nichts zu tun, also gehst jetzt einfach mal da. Das mit der Nahrung bereitet mir nämlich jetzt ein bisschen Sorgen. Geh ich dafür? So, geh mal da hin. Ich klicke Nahrung, Mama. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt, wie die Wegfindung ist. Oh, da kann man tatsächlich durch. Ha! Nice. So. Warte, ich brauch Holz. Leg mal auf die Eier. Das kann nicht wahr sein. Ich bin so Holz. Okay, da tut sich immer noch nichts mit dem Feld. Ich bin immer noch ein bisschen noobie-noobie mit dem Feld hier. Ja, würde ich sagen. Ja, du gehst jetzt mal hin und... Ah! Feld anlegen! Oh, ich bin so ein Noob, ey! So. Da, Feld anlegen. So, zack. Sehr schön. Ja, endlich. Jetzt habe ich es gecheckt. Äh... Äh... So geht's da hin. Sehr schön. Hauen wir mal die Nahrungsversorgung hier nicht. Könnte man nicht auch irgendwie so Schleifen erstellen? Schleifen? Ja, zum Beispiel, wenn du auf deine Mühle klickst, kannst du sagen, Feld neu machen. Ja, 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 klar, das geht. Wie machen? Was muss ich denn dafür drücken? Ja, auf die Mühle und dann auf das Feld. Achso, das muss ich nur einmal machen? Ja, scheinbar. Oder mehrmals halt. Ich bin da jetzt nicht ganz so sicher. So, habe ich noch ein... Oh, ihr steht hier rum. Helft der mal. Ah, cool, ich habe noch einen Dorfbewohner. Das nutzen wir natürlich direkt mal. Ich will an, ja. Du kannst auch vorher nochmal da so einen richtig schönen Dicken hinsetzen. Nicht genug Nahrung! Boah, leck mich doch am Arsch. Was soll das denn? Ich kann immer noch kein Tor dabei haben. Das macht mir Sorgen. Ihr beide steht auch nur dumm rum, also mach mal ein Feld. Bullden. Bullden. Du stehst nicht nur rum, nicht in Ordnung. So. So, wie sieht es denn aus? Oh, ich brauche, ich brauche... Oh, hier steht... Ah, okay. Halt pro Dorfbewohner nur, äh, nur ein Feld. Heißt also, die können nicht zu zweit darauf arbeiten. Oder wie sieht das aus? Ja, würde ich auch sagen. Ja, das sieht tatsächlich ganz nah aus. Der steht hier dumm rum und weiß nicht, was er machen soll, der Mombo. Äh, da. Bullden. Mach mal noch mal ein. So, komm her, mach mal weiter. Was soll das? Das ist ja auch nicht dumm rum. Du brauchst ja mal schön weiter. Ich will ihn. Ich will ihn. Yes. Yes. Was hat er für eine Scheiße? Was brauchst du denn hier für einen Müll? Komisch ist ein komischen Scheiß-Turm hier, oder was? Finde ich aber nicht in Ordnung. Oh, Leute. Ich bin doch gar bei dir. Wie, du bist bei mir. Nicht in Ordnung. Ja. Na komm, gib mal Gas da. Mach mal den Kumpel. Alter, die verrecken ja alle. Ey, nicht mal einen armen Typen angreifen. Alter, meine komischen Leute können ja gar nichts. Ey, was machst du da, du Spacken? Hör auf, meine Leute zu töten. Ist ja wohl ein Scherz. Wo sind wir denn hier? Ist das geil, oder? Ne, das ist nicht geil. Nicht genug Nahrung. Boah, sammelt da mal schon eine Nahrung im Mongos. Alter, ich war kackt gegen die Typen wahrscheinlich. Alter, die One-Hitten-Dia. Willst du mich verarschen? Ist ja wohl ein Scherz. Oh, oh, weg von der Burg. Ne, nix weg von der Burg. Alter, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Scheiße. Alter, du bist doch der Russian-Wild. Scheiße. Das war jetzt aber echt dumm, wenn man hätte sich rechnen müssen. Nein! Boah, tötest du doch nicht meine Dorfbewohner, du scheiß Spacken, ey. Nein! Warte, warte. Alle zurück. Alle. Nein! Du Wichser! Du Wichser! Oh Mann, das ist jetzt aber echt mies. Okay. Wichser gegen Spacken, weil meine Mongos echt nix draufhaben. Nice. Stirb. Stirb, Junge! Jetzt geht man wieder zurück. Ey! Alter, ich mach jetzt erstmal irgendwas kaputt, weil ich nix zu tun hab. Oh Mann, da kann ich nix draufhören. Ja, klar. Du Wichser. Ey, aufhör das! Fick dich! Fick dich, du Wichser! So, komm, tötet den! Komm, komm! Nein, so. So, jetzt wieder an die Arbeit. Scheiße. Ja, ey. Das ist jetzt natürlich echt mies gelaufen. Ja, ma? Das ist jetzt aber echt nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt hab. Jetzt hab ich wieder zu wenig Nahrung, ey. Ich hab einfach nicht genug Nahrung! Ich wusste, dass du ankommst. Ja, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ja, ich weiß. Aber ich wusste, dass du Hallo sagen willst. Kacke, ey. Da hab ich natürlich jetzt echt verschissen. Das wird schon in der nächsten... Da meine komischen Milizsoldaten haben voll keine Schnitte gegen dich. Vor allem, wann hättest du die einfach mal so mit deinen komischen... Ich hab ja schon aufgerüstet mit der Schmiede. Boah, das war nicht wahr sein. Solange ich hier in diesem Scheiß-Zeltalter bin, kann ich gar nichts machen. Also, Nahrung, sag ich. Bullden. Bullden! So, komm, wir machen jetzt auch mal mehr. Bullden. Mach mal weiter. Komm mal hier. Bullden. Bullden! Scheiße. Was alles Nahrung kostet, ist doch zum Kotzen. Ja, toll. Was soll ich denn sagen? Du? Du kannst einfach rumnuben und sterben, du Lutscher. Ja, weil der hier schon alles stehen hat. Hör auf mich auszuschwellen, du Sau. Scheiße. Guck, hier liegen überall die Skelette von meinen armen Leuten rum. Die düngen jetzt meine Felder. Scheiße. Immerhin. Ja, immerhin. Scheiße auch. Aber ich brauch mehr Nahrung. Los damit, Nahrung, ihr faulen Säcke. Ich hab so viel Holz, ne? Das ist ja Wahnsinn. Deswegen könnte ich dich jetzt eigentlich mal abkommandieren. Mach's mal weiter hier. Bullden. Ah, schön in der Ritterzeit, sagst du? Ah, jetzt bist du schon wieder eine weiter. Okay, da bin ich aber echt derbe am Verkacken, ey. Das darf aber nicht wahr sein. Würde dir auch als Meldung angezeigt werden, oder? Nee. Bram ist zur Zeit vorangeschritten. Ja, stimmt. Ja, hast recht. Warum soll ich denn lügen, Dennis Hartwig? Das hab ich doch gar nicht nötig. So. Okay. Jawoll, jetzt aber. So. Auf in die Feudalzeit. So. Alles klar, ich glaub, noch nicht klappt. Boah, guck mal, wie meine Population geschrumpft ist hier, ey. Ach so, während der Entwicklung kann ich jetzt natürlich keine Dorfbewohner bauen. Das ist natürlich geil. Mit geil macht's wahrscheinlich scheiße, oder? Ja. Das ist ein Kucki hier, ey. Nein! Ah, okay. Tatsächlich, wenn ich die, äh, die Dinger in der Schlange hab, dann machen die die Felder auch neu. Das ist ein Kucki, ich bin eingelaufen. Boah, jetzt mach doch mal schneller hier mit der Scheißfeudalzeit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt die hier... Das ist aber ein schönes Fähnchen. Ja, komm, jetzt mach mal hin hier, sonst kann ich nix machen. Ja, komm, gib das. Boah, wenn die erste Folge rauskommt... Oh, guckt euch das mal an, wunderbar hier. Alles klar. Du hast nix zu tun. Was hab ich denn grad am wenigsten? Steine hab ich nicht. Wo ist denn hier mal ein Steinbruch? Ja, Steine hab ich auch für das Problem. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen mehr erkunden sollen hier. Pff, um mich rum ist aber noch alles schwarz. Oh mein Gott. Komm, mach mal hin. So, was fehlt mir jetzt noch? Alter, Nahrung geht gar nicht klar. Wie will ich Nahrung? Ich hab... Schwertkämpfer fertig entwickelt. Was brauchst du denn? 60 Nahrung für einen? Alter, ist ja wohl voll teuer, ey. Mandatum? Boah, ich hinge so mit der Nahrung hinterher. Lägt mir die Eier. Nahrung hab ich eigentlich an sich wenig Probleme. So, die schürfen immer noch schön Gold. Holz hab ich auch genug. Gold hab ich vor allen Dingen auch ordentlich. Ey, Gold hab ich auch. Über 2000, ey. Das ist eine Sheet hier. Kann ich denn mal machen jetzt? Ich möchte gar nicht wissen, wo du deine... Wieso kann ich denn? Ich will nochmal so einen Speer haben. Achso, dann muss ich wahrscheinlich hier so einen Stall... Was? Ich will so einen Speer haben. Dann bau dir doch einfach einen. Ich bin doch dabei, du Momma. Was machst du denn jetzt? Du machst Nahrung. Komm, hier. Wir machen ja auch nicht nur Nahrung. Bullden. So, hier wird schön fleißig weiterproduziert. So viel wie geht. So, was haben wir denn hier? Oh, das geht aber gut hier. Mit den Feldern. So, was ist halt denn hier? Bogenschützen erschaffen! Ja, mein Herr Land. Boah, ich hab ja voll die... Voll die Bauschlampe. Die geht voll ab. Nicht genug Holz! Was? Das ist aber ein Scherz. Vielleicht soll ich noch mal ein paar Dorfbewohner machen. Warte, ich hab schon wieder keine Nahrung. Ähm, warte mal. Ach du Scheiße. Ach komm, Scheiß drauf. Mandatum! Okay, das kann jetzt nicht. Da, ruhig denn. Komm, da. 80 Nahrung. Geil, ey. Was ist denn geil? Och, nun gar nichts. Kommst du mir gleich noch mit Elefanten an, oder was sagst du? Du letztes Mal? Hahaha, ja, du letztes Mal. Scheiße, ich hab nicht genug Holz. Komm, hier, mach mal Holz. Komm hier, nicht aufhören. Komm mehr. Mensch, haben wir denn hier noch? Hey, nicht genug Nahrung, Mama. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Oh, die kommen mit dem Aufrüsten gar nicht hinterher. Das sind Probleme, wa? Die hättest du auch gerne. Alter, das ist ja voll teuer. Oh, da hab ich meinen ersten Elefanten. Na ja, deine Mutter hat auch einen Elefanten in der Hose, ey. Ja, aber der hat einen dicken Elefanten in der Hose. Komm, komm, der Name. Hold' in. Noch mal schneller. Oh, hier sind Steine. Komm, haben wir doch Bewohner. Es werden mehr Häuser benötigt. Stimmt, wie sieht eigentlich mein Limit aus? Achso, ja, ich hab Gott sei Dank einen abgestellt, der nichts anderes macht, dass wir Häuser bauen. Hahaha. Alter, jetzt kriege ich hier eine Freundschaftsanfrage ins Team und das lohnt mein Spiel mal richtig derbe down. Ja, merke ich auch gerade. Boah, machst du nix, ne? Boah, machst du nix, ne? So. War mal Häuser. War mal schneller hier. Na, wie soll ist das? Achso. Boom, boom, boom. Ey, was ist denn hier los? Wieso vertrocknen ihr meine Felder? Scheiße, nicht genug Holz. Äh! Boah, die Felder kosten aber auch jedes Mal 60 Holz, du. Das ist gar nicht mal so billig. Das ist echt nicht so mega billig, aber naja. Wie viele Leute habe ich denn hier eigentlich noch? Boah, ich muss echt aufpassen, dass ich dieses N-Wort nicht ständig sage, ey, weil... Hier hat Django geguckt, ey, da... Geht richtig ab, oder was? Ja, was die da alles auch raushauen, ey. Oh ja. Was wollte ich denn von dir? Du sollst nur so Holz sammeln, hab ich gehört. Du hier, du baust uns nochmal ein Häuschen hier hin. Oh, dann schließlich eine schöne Nachbarschaft aufbauen. So. Komm, bau mal mit ein paar hier. Du hast auch nichts zu tun. Was machst du? Du machst Holz. Wir müssen schließlich unsere Felder immer wieder neu bewirtschaften hier. Kann ja wohl nicht angehen. Du bist mal Steine kloppen. So, was haben wir denn hier? Oh, wir rufen mal einen ab hier. Weißt du, was ist das hier überhaupt für einer? Briten, das Speer. Ach, das ist ein Speer. Ja, ich dachte, das sind hier voll die Fighter und so ein Kram. Ja, wunderbar. Geht's jetzt mal gucken. Ach, voll die Quartamarsch, ne? 22 Holz, 45 Gold. Na komm, dann mach mal ein paar. Nicht genug Nahrung, Mama. Was ist das denn hier für einer? Was ist das denn hier für einer? Was ist das denn hier für einen Pulverspaß, die? Sendest du mir Leute, die sich in die Luft jagen, oder was? Nein, sowas tue ich nicht. Das sehe ich aber gar nicht gerne. Wo soll der? Alter, verpiss dich mit dem. Alter, strecke nieder, Legolas. Strecke nieder. Nein. Aber geil. Ich hab Taliban-Kämpfer, so sieht aus, ey. Alter, das geht ja gar nicht. Vorzeitliche Taliban-Kämpfer. Finde ich aber... Sie müssen mehr Häuser bauen! Ja, warum hörst du überhaupt aufgehört, Häuser zu bauen? Solltest man so einen Dopperschleif von Häuser bauen. Schickt ihr mir hier Selbstmord an einen Täter hier hin? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, so kann man das jetzt nicht sagen. Geht denn hier schönes ab? Aua! Nicht auf meinen Speer schießen, aber ein Speer ist zu schnell für deinen schwulen Wachturm. Kann mir mal richtig der wie die Kimme pushen. Aber komm, ich spiel und ne, nicht erst mal ein bisschen aus. So lange, bis er stirbt. Alter, wie viele Bogen hast du bitte? Willst du mich verarschen? Ah, eine. Loll, guck mal. Oh, Kamelreiter hat er hier. Alter, was da abgeht. Der Elefanten! Du, wie gesagt. Der, tatsächlich Elefanten, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Alter, da kommt der mir wieder mit Elef... Alter, was ist denn da alles? Das ist ja wohl ein Scherz. In was für einer Zeit bist du denn mit, glaube ich, schon wieder, ey? So komm, reite weiter, mein Speer. Reite weiter. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Was denn? Da hat er mal einen fetten Elefanten gebaut. Scheiße. Das ist aber nicht so witzig, muss ich sagen. Eigentlich nicht, wa? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Boah, bau doch mal mehr Häuser, du dämliche Schlampe. Bullden! Was kostet mich das denn überhaupt? Ah, okay, hab ich. Das ist nicht das Problem. Kommt der mir mit Elefanten an, ey? Ja, warum denn nicht? Muss ich auch mal was gönnen. Ja, man muss sich mal was gönnen, ja. Ich glaube, die Mucke ist eine neue. Ich sollte mal leben. Ja, ich stehe euch mal. Dadum, dadum. Fuck! Okay, jetzt kann ich das machen. So, wie sieht's hier aus mit Holz und so? Was? Fuck auf deinen Späer, ey. Ey, am Arsch hast du den jetzt gejagt? Ja, sicher. Den hab ich nicht nur gejagt, den hab ich nie gestreckt wie einen kleinen Lümmel. Ist aber nicht so geil. Die Mucke ist auf jeden Fall eine neue. Ja, das ist mal was Neues, ja. Warum mehr Häuser, du Hure? Gibt's ja aber gar nicht. Du bist meine Hausprostituierte hier. Was machen die denn da überhaupt? Wie baut Bambus ab für Holz? Okay. Für sich Shit, möchte ich mal dazu sagen. Okay, wenn der jetzt mit seinen Elefanten ankommt, ey, dann steht hier aber nicht mehr allzu viel. Jetzt hat mein Mann geknurrt, der gerade so hardcore ist. Ich frage mich, ob ich das in der Aufnahme gehört habe. Ich gucke mal mehr von denen hier, ey. Wenn er mit seinen komischen Kamelen da, mit seinen Kameltreibern da ankommt. Was hast du denn du genommen überhaupt? Perser oder was? Was sind das? Ja, irgendwie so. Okay. So, ein schlechter Witz. Ja, cool. So, wie sieht's aus? Aha, aha, aha. Sehr schön. Boah, guck mal, wie sie hier alle immer schön weiter Nahrung scheffeln, ey. So, wie sich das gehört. So und nicht anders. Juhu! So. Alles klar. Kann ich jetzt noch oben was... Was ist das denn hier? Ah, ja. Komm her damit. So, immer mehr davon. Was kann man denn hier? Ritter erschaffen. So viel wie geht. So, was sieht... Wie sieht das hier aus? Du hast... Du baust schon wieder keine Häuser mehr. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, das finde ich auch echt nicht so cool. Ja, das ist total unverschämend. Jetzt kann meine komische... Jetzt können meine Leute hier nicht mehr erschaffen werden. Ich brauche die gar nicht in die Warteschlange zu setzen. Sie bauen die sowieso wieder neu. Ich könnte mal wieder ein, zwei neue brauchen. Mal gucken, was wir machen. Oh, guck mal, wie er sich eingebaut hat, ey. Nee, wie ich mich... Willst du mich verarschen? Alter! Du und deine Geldschafe hier! Du und deine Gay-Schafe hier! Alter, wieso? Hört doch mal auf, mich zu enden hier, ey. Da gibt voll die Frame-Einbrüche. Fickte Scheiße. Ich habe es hier übrigens ausgemacht. Ja, mach das immer auch. Ist mehr Häuser benötigt? Ja, habe ich jetzt kapiert. Bau doch gefälligst die Häuser. Rrrrrap! Hey, Kulle. Das ist ja auch nicht so gut. Sie müssen mehr Häuser bauen. Was machst du hier eigentlich? Wieso gehst du da lang und hilfst der alten Mann nicht? Mandatum? Mandatum? Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Nein, das auch nicht! Ah, warte mal. Äh... Gut, hier sollst du mal bauen. Ohne Spaß. Bist du eigentlich außerhalb von deinem Gebiet immer noch nicht? Außer, äh... Ich schlieb voll um dein, um dein, um dein, um dein, um dein Partisanen-Ding rum. Ja, ist ja schön. Töte mal das Schaf! Du, dann nimmst eine, ey. Ist mir egal. Mach auf jeden Fall irgendwas. Wenn ich noch einen halt nicht bauen kann. So, ich brauch immer noch mehr Häuser, oder? Alter, ist die Grenze schon wieder fast erreicht. Ey, was soll das? Wieso machst du das Scheiß Feld nicht? Was ist das denn hier? Hm. Boah, ja komm, mach das Scheiß Feld. Für ein Nutzer. Alter, was, was ist das hier? Was schickst du... Willst du mich verarschen? Was soll das kommen? Wieso schickst du mich da weiter ein? Hört, ich meine... Ja, ich gucke mir mal. Ich gucke ja nur mal. Nein. Nur mal einen kleinen Blick ausküren. Ja, ja. Wie sie werden von Bram ange... Alter, verarsch mich nicht, du Homo! Lass meine... Alter, fick dich doch rein. Oh, das ist so ätzend, wenn die ganzen Arbeiter sterben. So. Oh, da kommen sie schon. Ja. Na, Halli. Ja, nix. Ich mach mal schnellen Abgang, oder was? Ja, ja. Kannst du dich mal am Arsch schlägen. Boah, jetzt gehen wir bloß nicht auf die Eier hier die ganze Zeit, ey. Da steh ich aber gar nicht drauf. Ja, ich weiß, das ist das Geile, du da mit dir auch nicht drauf stehst. Ich hab da noch einen, der macht nix. Ich hab einen, der macht nix. So, wie sieht's denn hier aus? Da sind wir noch einen, der nix macht. Äh, boah, Alter, ich möchte nicht wissen, was du da schon für deine Einheiten alles erfunden hast. Und, äh, Dingens... Oh, ich dürfte eigentlich jetzt gleich durch sein. Und alles haben. Ja, toll. Ja, verpiss dich gefälligst, Junge. Flucht! Ja, verzieh dich mal schön. Alter, du hast das Feld verdorren lassen. Was musst du für eine Sklavin? Nein, renn, schlampen. Lass doch mal meine Leute in Ruhe, was sollt ihr denn die ganze Zeit? Ich mach doch gar nix. Lass sie doch mal rumschillen, ey. Ich will doch mal spielen. Du hast da überhaupt nichts zu nehmen, oh scheiß Dorfbewohner. Ja, mach doch mal bitte das Feld hier weiter. Alter, du hast das Feld verdorren lassen. Nicht genug Holz, dann geh Holz holen. Was, wo bin ich denn jetzt schon angegriffen? Ach, da oben. Scheiße. Wollen Sie das auch mit deinem Speer? Ja, ich wollte nur mal vorbeischauen, was über der ab geht. Oh, da stehen sie auch schon, ey. Da stehen sie überall, ey. Alter, sind das berittende Bogenschützen? Oh ja, Baby. Rennt doch nicht mal hinter den Herjemongos. Ja, genau, lasst euch doch abschlachten. Oh, ne Scheiß. Alter, die gehen mir richtig auf die Eier. Ja. Nur mal gucken, sagst du? Okay, nur mal kurz gucken. Ja, guck mal gucken. Alter, verpiss dich doch einfach. Werden haben wir denn da? Alter, berittende Bogenschützen sind aber echt hammer ätzend. Oh ja, brauchst du schnell ein Stück wegreiten, sagst du? Alter, dann drehen die sich um und schießen einfach wieder. Oh ja, leck mich doch am Arsch, ey. Komm schon, bleib hier. Nein. Jetzt chill dich mal nicht so weg. Du kannst dich mal am Arsch lecken. Ich brauch tausend Nahrung, ey. Ja, ja, deine Mama braucht tausend Nahrung. Ja, die braucht auch tausend Nahrung. Oh ja, sehr gut. Gut, was haben wir hier noch? Da kann ich nichts mehr aufrüsten. Jetzt mal uns Spaß wird, wenn ihr einfach da buddelt, ihr Lutscher. Boah, ich hab so was von kein Holz mehr. Dann geht doch Holz holen, ey. Von den ganzen Feldern verdörren hier. So, 900 Nahrung, ey. Oh, cool. Äh, wo war das hier noch? Scheiße, ich hab... Warte, wie die einfach... Dann geht Holz holen, ey, wenn ihr nichts zu tun habt. Juhu. Drei Felder Wirtschaft entwickelt. Ja, ja, deine Mutter. Was ist das hier? Aha, okay. Sehr schön. Hab ich eigentlich 3000? Wann, 3000? Wovon? Ja. Wieso kann ich eigentlich keine berittenen Bogenschützen machen? Doch, kann ich da wohl. Na, guck mal, da sind sie doch. 40 Holz kostet einer. Ja, haben wir, die hab ich auch. Ready. Chopper. Aufs Geholz sammeln. Schlampe. Oh. Was haben wir denn hier noch? Infanterie. Scheiße, kein Holz mehr. Ich muss Nahrung kaufen. Ach, du hast den Marktplatz gemacht? Ja. Ach, du hast den Marktplatz gemacht. Hm, hm. So. Chopper. Wie es auch. Creighton? Chopper. Chopper! Hör euch das mal an hier. Der Brom das stehen hat. Ist eigentlich nix, wa? Oh, ich hab nix, um dem da entgegenzusetzen. Das ist eigentlich nix, wa? Ja, schön, dass du das hast, was du siehst, wa? Ist der mal hinten rum gelaufen? Hinten rum? Nee. Ja. Nee. Ich möchte euch nur mal warten. So, wie ist das denn jetzt hier? So, und hier noch? Ist klar. So. Machst du das auch nochmal? So, wo ist denn meine, meine, meine Hausbau? Da ist sie. Oh, ist jetzt mittlerweile ein Typ. So. Wir rettene Bogenschützen. Nachhund wird auch noch gesammelt, aber auch nicht mal wirklich fleißig. Freu ich grad nicht. Nachhund, mein einsamer Steineklopfer. Schönen aufrüsten hier, Jungs. Oh, jetzt hab ich wieder ein bisschen Holz. Nein! Das war der Falsche. Oh. So, 70 Gold. Scheiße, ich hab voller Gold. Ich hab Arsch. Kein Gold mehr! Alter. Der mangelt gerade an allem hier. Echt der Wahnsinn. Ready. Bolden. Bolden. Leute, wie kann ich das denn bitte? Mal abgesehen davon, dass ich nicht mal eine Burg stürmen könnte. Bolden. Machst du mich ja die Pimels auch nur rum? Bolden. Ja komm, hier. Was bringt man das eigentlich? Was bringt man ein Weltwunder? Wahrscheinlich gar nichts hier in dem Spielmodus, ne? Oh Leute, warum noch ein... Ja. Ich weiß nicht, ob du dadurch irgendwelche Boni kriegst oder sowas. Kann ich dir das sagen. Du willst mir das noch nicht sagen. Alter, rennt denen doch nicht so lange hinterher, ey. Nur weil... Das sind doch nur gay Dorfbewohner. Entschuldigt mal bitte. Das Problem ist, ich kann die aber auch nicht, kann die aber auch nicht irgendwie passiv machen oder so. Das ist ein bisschen nervig. Gold. Ich darf aber nicht Gold. Was? Wo wird er hier gefaltet? Da unten, da rennt einer hinterher. Geht halt nicht, kann ich euch nicht. Das geht tatsächlich nicht. Weg wollen. Oh komm her, hier. Team 2. Jo, jetzt. So. Äh, wo ist mein Holz... Mein... Hausbautypi? Mein Holzmann! Mein Holzmann! So, Nahrung, Gold. Gold hab ich zu wenig. Also, mal eben kurz, Leute, zum Hausbau. Die haben wir hängen. Was? Ich werd schon da angegriffen? Wo werd ich denn angegriffen? Mach ich nicht doch rein. Boah, Bram betreibt hier voll die Expansion irgendwie. Ja. So. Was hab ich denn hier? Nahrung hab ich nicht genug. Problem ist ja, was mach ich denn jetzt? Das ist ja... Das ist ja voll Kacke eigentlich. Das ist doch voll Kacke eigentlich. Nicht genug Nahrung! Boah, Junge. Hm. Jos. Jos. Jo. Jo. So, machen wir mal gucken, was mir hier so abgeht. nur mal gucken kurz ja nur mal ganz kurz mal anschauen alles klar und guck mal mal kurz bei dir nur nur einen kleinen blick die alle sterben das ist ja wohl ein schlechter scherz ja ist klar was ist das weiter häufig zu ende schwuchtel gibt es ja wohl gar nicht meine fresse so weit ist es eigentlich wieder zurück erst mal heilen lassen heilen lassen ach so hast du auch solche schwulen mönche das will ich nicht bauen alles klar ach so du stehst schon da oben hast nichts zu tun mach gefälligster feld hier so ich habe ziemlich viel holz und ich bin auch nahrung und die fack geht dir noch gut wachst du es kann tatsächlich anzugreifen richtig ich habe einen einen mann kommando los ich dachte mal ich gucke mal vorbei vielleicht schafft er das ja das war geil ich ruhe hier den regenwalter oder felder hinzusetzen ich bin voll der arsch anti regenwalt und die regenwalt bis jetzt die regen hast du hier bist du da nicht beschäftigt so greifst du mich mal nicht eigentlich an habe ich doch und ja du hättest mir schon mal längst was richtig krasses entgegen schicken ja fertig ja warum machst du das nicht alle zeit der welt alle zeit der welt mein freund alle zeit der welt mama LOL LOL das war jetzt aber fail da hast du einen aber so in den tod geschickt der stand da nur rum und hat sich von meinen fallen platt machen lassen ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß was baust du diese komischen selbstmordtypen überhaupt das gibt es ja gar nicht wo baut ihr die denn ach da wahrscheinlich wa ah interessant oh guck mal hier schleppt immer noch die steine der arme kerl ich glaube ich habe nur einen einzigen damit beschäftigt steine zusammen das ist echt kranker scheiß was ist das denn hier meine burg greift so ein wildschwein an haha du bist auch so geil ne erstmal einen dahin LOL was ist das denn ALTER guck wie sie da rein rennen und sterben ey ALTER mache meine ich dachte ja eigentlich das lanzenträger voll geil gegen gegen cover ja super hammer meine felder brennen du schwein ja hammer man könnte ja mal rein marschieren mich zu verteidigen oh man ist das scheiße erstmal ein stückchen trinken ja liebe zuschauer da ich bin ein absoluter noob in dem spiel wie man sieht ich habe absolut nichts um mich zu verteidigen jetzt können wir dabei zusehen quasi wie Bram mein äh wie schnell die Mühle niederreißt ey wie Bram mein schönes Dörfchen platt macht ist das nicht wunderbar weißt du ich wusste gar nicht was denn ich bin intelligenter Alter wenn ich nichts machen kann das ist ja der Hammer jetzt kann ich nur hoffen dass meine Bram sich ein bisschen äh alter wie schnell der die Bram niederreißt hier mit seinem komischen Katapult Alter keine Schnitte mal geil oder keine Schnitte ja da habe ich irgendwann habe ich falsch gemacht irgendwann habe ich falsch gemacht ich weiß nicht wann aber irgendwann habe ich falsch gemacht ja guck euch das an ist das nicht geil ja wo ist denn da nix King wo ist mein König denn hinher kommst du ein ja du hast mich verfaschen Lutscher ha 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 kommst du einher zu dem stemmen König in die Wurst rein kann ich bescheuern nein 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 das hat mich jetzt voll gemerkt weil ich dachte ich hab jetzt gewonnen ja deine scheiß Mutter hat gewonnen deine scheiß Mutter hat gewonnen ja mein König der chillt jetzt der chillt irgendwo ja ja egal damit zögerst du es nur noch hinaus ja dann stimmt einbruch dumm ist dass ich keine Wurfbewerber mit dem mitgeschickt habe ist das eigentlich dumm boah wie der Elefant boah Bram hatte man mit seinem Elefant äh Vorsicht sie werden von Bram angegriffen ach was erzähl mir nix scheiße wenn ich jetzt den Cheat für die Kobra kennen würde das wäre geil aber du hast Cheats Gott sei Dank nicht aktiviert ne habe ich nicht weiß ich kann nicht hm ja wunderbar und jetzt bin ich mal hardcore gefickt würde ich sagen ja so kann das gehen liebe Zuschauer guckt es euch an wunderschön ja das ist erstmal die Frage wo dein Wichskönig ist ey ja das ist jetzt die große Frage dieance du denn das ist gut ready impero So jetzt Na ja, mach's ja nix. Dann suche ich den halt. Nein, deine Mutter sucht den. Den findest du niemals. Doch, spätestens dann, wenn ich alles von dir kaputt gemacht hab, dann werde ich die Karte... Oh, Moment, da fällt mal aus, wenn wir da auf Karte aufdenken? Ging das nicht auch irgendwie? Warte mal. Verrat, decken Sie Ihrem Team. Ah, genau. Komm, mach hin. Deck, lol. Spioner haben den Aufwand... Was? Nee! Wieso das denn? Das verstehe ich jetzt aber nicht, warum das passiert ist. Du kannst, äh, für 400 Gold kann man sich die Position des Gehterischen Königs anzeigen messen. Jetzt nicht im Ernst. Doch. Hammer. Das ist ja voll uncool. Findest du? Ja, das find ich aber ziemlich uncool. Dann zack, natürlich. Jetzt Rennschlampe. Renn... Hahaha! Was gerade auf dem Weg ist, Junge! Das kannst du dir gar nicht vorstellen! Nein! Tötet ihn! Beschützt den König! Ja, dann kannst du deinen Verlappen einhalten. Dann kannst du mir richtig gerne die Koronnes lecken. Nein! 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 Ich wollte den eigentlich jetzt auf so ein Transportschiff draufsetzen. Ja, was? Dann wolltest du erst so richtig den Abgang machen! Ja! Ich hab dann einfach rum gesehen und hätte ihn oben links in die Ecke gesetzt. Ganz schön an die Seite! Ja, schön würde ich sagen! Dann hast du eindeutig, erste Runde geht an dich! Ja, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! War geil! Da hab ich irgendwie falsch gebaut, würde ich sagen. Da hab ich irgendwie zu lange mit Nonsens verbracht. Was hast du denn hier? Ah, Alter! Guckt euch das mal an, ey! Was der Bram hier noch alles gebaut hat? Ja, da ein paar... Ja gut, so viel hatte der jetzt auch nicht. Hier sind größtenteils Häuser. Was ist das denn hier? Er hat halt jedes Gebäude ein Mal. Er hat sogar ein Weltwunder gebaut, meine Frau. Ja, aber ist mir erst danach eingefallen, damit ich die damit nicht gewinnen kann, weil wir ja King of the Hill spielen. Also du warst an einer scheiß Mauer. Am Anfang hat die mich voll aus dem Konzept gebaut, aber ich glaub, der hat mich viele Rohstoffe gekostet. Ja, bisschen Holz hat mich gekostet. Hab ich nicht mehr Rohstoffe gehabt. Ich hatte ja am Anfang. Ja, jetzt kann ich mir doch bestimmt noch die Statistiken ansehen, wenn ich jetzt auf laufende Spielbänden gehe. Ja, möchte ich. Alles natürlich auch interessant. Ja, Militär. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Eindeutig, äh... Konnte ich dagegen halt. Guck mal, dein Heer war gar nicht so viel kleiner als meins. Wirtschaft... Alter, guck dir das mal... Guckt euch das an hier. Der war derbe abgekehrt. Der Militär... Ich hab 23... Alter, legt mich am Arsch, ey. Du hast 320 steile gesammelt. Ja. Alter, wie viele... Wie viele... Alter, ich hab mal übelst doppelt zu viel von einem. Mal mindestens. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.